Auf dieser Revolution hat mich eine Sache total begeistert. Ich habe ein Spirulina gefunden, was mir schmeckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Algen-Sachen, man wird immer wieder dazu genötigt, irgendwie diese Algen-Sachen zu kaufen, weil die ja so mega gesund sind. Aber die schmecken einfach nicht. Bei mir, ich kaufe die dann einmal, dann stehen sie rum und irgendwie esse ich die dann niemals. Und bei denen muss ich sagen, ich habe mir eine Packung gekauft und ich habe die Packung auch gegessen. So, und jetzt bin ich genau vor dem Stand Alkal-Food und einfach total begeistert. Warum das Spirulina schmeckt? Und da habe ich mich, da habe ich jetzt hier den Besitzer, bist du da Besitzer? Besitzer, ich besitze der, ich habe es mit aufgebaut. Du hast es mit aufgebaut. Ich besitze die Spirulina nicht, wir haben keine Farben. Wir beraten Leute, um, bemunterte Leute auf, Spirulina anzubauen. Das ist unser Ansatz. Mit Landwirte einfach so als Spirulina anbauen, als Alternative sehen. Aber Sie müssen ja irgendwie anders arbeiten als andere. Das Beispiel, ein Spirulina, was ich probiert habe, was mir nicht so gut geschmeckt hat, aber das mit dem Pure War, das ist halt total geil. Das war auf der Farm und das hat mir richtig, also das war so begeistert was von dem Pure War, von dem Anbau Deutsches und Endings, aber das Spirulina hat mir nicht so gut geschmeckt. Und jetzt, ne? Ja, ich kenne sie ja auch oder sowas so. Und die Pure War ist geil, ich liebe auch die Menschen, die haben zum Parstil, das Spirulina hat mir einfach nicht geschmeckt. Und das steckt hier. Der Grund ist halt einfach so, Sie machen halt, also die Anlage, die Sie haben oder sowas, ist ursprünglich für Chlorella gemacht. Und die haben die beste Chlorella, gar keine Frage oder so Sachen. Und das andere, und was wir hier haben, ist halt so, was man halt vielleicht nicht sieht, ist halt so dieses Granulat. Ja, wir haben es halt so verschiedene Formen oder so Sachen, so mit Granulat. Und Granulat ist halt einfach Handarbeit. Das heißt, wir tun da halt viel mehr Arbeit, wir stecken da viel mehr Arbeit rein. Das ist halt nicht sprühgetrocknet oder so Sachen. Und dieses Granulat ist halt einfach, muss halt gefiltert werden, gepresst werden. Da gibt es halt verschiedene Vorgänge und im Anschluss wird es halt ausgelegt und nochmal schonend getrocknet. Bei Lufttemperatur über drei, vier, fünf Stunden unter 40 Grad. Und dadurch, die wird halt einfach, indem sie es entwässert. Und wir nehmen sie nicht sprühgetrocknet, eben sprühen wir da ihr nicht kaputt. Und das ist halt so das Interessante daran. Krass. Und dadurch schmeckt auch jede Sprung immer anders. Jede Farm hat dann ihren eigenen Geschmack. Und das ist halt auch nochmal das Interessante. Also wie so ein Wein, da hat ja auch so jeder Weinwerk, obwohl es da gesorgt ist. Genau, also bei Wein, wir sprechen auch in Frankreich von Terroir. Und in Frankreich haben wir schon bereits so 200 Farben. Also das ist halt eine richtig große Bewegung, die es seit 20, 30 Jahren gibt. Und je nach Wasserstärke, je nach Wasser, also Sonneneinstrahlung, wie du das trocknest, wie viel, also ob du das jetzt drei Stunden, vier Stunden, alle Faktoren sind eigentlich ausschlaggebend, um den Geschmack der Spirulina sogar. Also wir haben Einfluss auf den Geschmack der Spirulina. Und das ist halt so das Interessante daran. Wir haben zum Beispiel auch, was wir halt anbieten, sind halt unterschiedliche Spirulina. Wir haben auch so Flocken zum Beispiel. Sind die auch Handarbeit? Die sind auch Handarbeit. Die sind auch Handarbeit. Wir fördern auch Kinderhandarbeit. Das ist halt so, die eine, was wir jetzt gerade haben, ist halt so solidarische Projekte. Das ist halt ein Behindertenzentrum in Südindien. Und die bauen es halt selber an als Jobs. Und Spirulina wird auch bei Kindern unter Ernährung oder Mangelernährung. Also Unterernährung ist ja auch in diesen Ländern bekannt. Also Afrika und, oder genau, das Kontinent und Indien. Und, aber Mangelernährung ist auch bei uns breit. Was breit ist, auch bei Kindern speziell. Und da kann man halt einfach mit den Sorten und dem Geschmack einfach rumspielen. Je nachdem, die halt morgens auf Salat oder die halt so einen Salzersatz, was du gemeint hast. Genau, Salzersatz. Das war vorhin das, was ich gesagt habe. Wunderbares Salzersatz. Das ist, du brauchst keinen Salz, sondern du hast einfach das. Es schmeckt einfach in erster Linie salzig. Und du hast, also ich habe nicht dieses frischige, was ich bei anderen Spirulina sagen habe. Ich habe wirklich einfach so vollmundig, wie man Umami sagt mal in Japan. Genau, genau. Das schmeckt dann echt so vollmundig. Es ist natürlich schon teuer, muss ich sagen. Also 15 Euro, 18 Euro, 20 Euro. 15 Euro, 100 Gramm. 100 Gramm. Das ist der Preis. Genau, aber wenn man überlegt. Wenn man runtergeht, dann weiß man also die Qualität halt einfach aufpassen, so welche Qualität man nimmt. Also Spirulina gibt es, der größte Produzent weltweit ist China. 80 Prozent der Spirulina, die man findet, ist chinesische. Also wenn es nicht explizit raussteht, wo sie genau herkommt. Teilweise könnte man die Farm nennen. Also es gibt halt eben, wie in Frankreich oder so, unterschiedliche Farmen. Es gibt halt so die hawaiianische. Es gibt halt Knöte, die halt nebenbei noch Spirulina machen. Das ist jetzt gar nicht mal deren Hortprodukt. Und dann gibt es auch nochmal Earth's Rice in Kalifornien. Und ansonsten ist es alles chinesische. Das ist weltweit so, die haben eine Überproduktion. Es gibt eine Überproduktion an Spirulina. Ich werde angeschrieben, so Spirulina, willst du nicht unsere Spirulina kaufen? So Bio, nicht Bio oder so Sachen. Und die Chinesen haben alles. Und was interessant ist, ob es Klötze ist, also Klötze oder wie auch in Frankreich mit 200 Farmen. Das sind in so einer Föderation drin. Wir kriegen keine Bio-Label. Also dieser Bio-Label ist für industrielle chinesische Farmen voll angepasst. Wir haben es teilweise so eingekauft in der EU oder so. Wir können es halt einfach gar nicht umsetzen, wo wir sagen, das ist doch vollkommen... Da geht es ums Label und nicht ums Produkt. Genau, genau. Und wir haben halt einfach so, genau, die haben halt für den Import oder sowas so, Bio ist halt wichtig. Eigentlich ist halt in dem Sinn, probiert das Produkt, was ihr euch schmeckt. Das ist halt so die Sache so. Vertraut euren Bau, vertraut euren Geschmack und das ist halt so, was man halt mit Spirulina... Und da denke ich, sind meine Zuschauer schon hoffentlich weiter. Ich habe ein Video gemacht über Bio-Label und so weiter. Es geht um das Produkt und wunderbar. Und mich überzeugt das Produkt auch wirklich. Ich stehe dahinter und sage, das Spirulina schmeckt gut. Und nicht Spirulina ist gesund, weil es, keine Ahnung, Eisen und sonst was... Das Ding schmeckt einfach wirklich gut. Und da stehe ich auch dafür. Und wenn ihr euch das kauft, habt ihr bestimmt einen Onlineshop oder sowas. Genau, da haben wir genau. Also akianfrut.de. Genau. Da haben wir es auch. Ich verlinke euch das unten nochmal, braucht ihr einfach nur draufklicken. Und ja, dann kauft ihr euch das Spirulina. Weil, wenn ihr Salz kauft, so eine Salzpackung, in 20 Cent, wenn es noch jodiert ist oder was auch immer, das habt ihr auch lange. Wenn ihr das wirklich als Salzersatz nehmen, dann sind es mal 18 Euro oder 15 Euro oder was auch immer. Wahrscheinlich gibt es noch eine Großpackung, wo es dann billiger wird. Genau. Dann ist es zwar viel Geld, aber wenn ihr überlegt, wie so eine Salzpackung lange hält, dann hier, und da habt ihr was Gesundes und habt ihr irgendwie... Ist auch immer so eine Sache, wenn man konsumiert, wenn man konsumiert und bewusst konsumiert, mit einem gewissen Gefühl konsumiert, ich habe hier was Hochwertiges, ich tue mir etwas Gutes, dann befeuert das so ein bisschen auch dieses neuronalen Netzwerk, ich tue mir etwas Gutes, es ist was Schönes. Ja, man fühlt sich besser. Und auch wenn das, was es gleich trotzdem tut, dieses Granulat nicht explizit diesen Effekt hat, man fühlt sich besser. Und das wird, das ist ein Placebo-Effekt. Also die Sache ist halt so, es ist nicht, der Placebo-Effekt ist bewiesen, der funktioniert, einfach dran glauben ist wichtig, ist das Wichtigste überhaupt, das macht gesund. Die Einstellung ist immer so, die Lebenseinstellung ist so überhaupt das Gesündeste, da könnte man schon fast bei McDonald's mit einer gesunden Einstellung eingehen. Aber es stimmt halt nicht, also da stimmen halt einfach so ganz viele Faktoren nicht, so wenn man nachdenkt. Aber bei Spironina, was wir halt sehen, so was wir immer empfehlen, ist so eine 3-Monats-Core, also über 3 Monate täglich zu nähen, also die 100 Gramm und 15 Euro sind für eine Monatspackung gedacht. Also täglich 1-2 Löffel am Tag nehmen und da hat man dann auch nochmal diesen Effekt. Über 3 Monate, 300 Gramm, die Menge an Eisen, die man dazu nimmt, also du hast es mit 80 Cent so Eisenpackung verglichen, die Eisenmenge, die da drin ist, das ist ein Monat Eisen, also für Frauen, die Eisen in eine Kapsel nehmen, sind 7 Euro. Und da hast du nicht nur Eisen, also das ist ja selbst schon fast. Stimmt, Eisen zu benutzen. Also um den Preis einfach so wahrzunehmen, so was man da so, genau, was alles da drin ist, in Multivitamin, wenn man das separat nimmt, ist es günstig. Ist natürlich auch schon. Das ist wieder günstig. Also genau, also was billig ist, ist eigentlich teuer. Und was teuer ist, ist in dem Sinn doch preiswert. Zum Geschmack mal, Wollte, man wollte das schon noch präsentiert, dreht du weiter. Umarmen, genau. Also dieses Umarmen kommt halt eigentlich so 60% Eiweiß. Und dieses Umarmen ist die Blutamat-Aminosäure und die kommt halt richtig raus. Mega. Und da, je nachdem wie lange, also wie gesagt so, noch mal vier Stunden trocknen, drei Stunden trocknen, da kann man halt eine mildere Variante, das ist halt die mildere Variante, das sind die Klocken. Für Kinder ideal, ab einem Jahr kann man halt richtig Spirulina zu sich geben. Das schmeckt halt richtig gut. Und diese Granulaten, die sind halt einfach etwas länger getrocknet. Und da haben wir halt einfach, genau, die gibt in so einen nussigen, nussigen, also so, Kübis-Kern oder so Sachen so. Das gibt dann so kleine Röstaroma, so bei Grokost. Das ist es halt. Mega. Und das ist halt so richtig das Angenehme daran. Und frische Spirulina ist auch wieder was anderes. Besucht einfach Farmen in Frankreich so oder die lokalen Farmen. Wir haben jetzt bald eine Farm in Deutschland auf. Und genau. Willst du die mal verkaufen oder kann ich die essen? Wir sind ausverkauft. Achso. Wir sind ausverkauft. Das sind die zwei letzten Packungen. Aber ich meine, das nimmst du sowieso mit. Die nimmst du sowieso mit. Danke. Insofern. Okay. Ich habe noch zu Hause, genau. Ja, haben wir probiert. Und ihr macht jetzt nur das Spirulina oder wenn ich irgendwas geil finde und irgendjemand macht was Geiles, dann will ich irgendwie mehr von dem wissen, was er so macht. Machst du noch was anderes? Also die brauchen Spirulina oder? Wir machen Spirulina. Spirulina ist unser Hauptthema. Also ich habe darüber meine Doktorarbeit gemacht. Der Laurent Frankreich, der ist Ingenieur, nachhaltiger Energieningenieur oder sowas. Der kennt sich perfekt mit dem Anbau. Also wir sind halt echtlich auf Spirulina eingeschossen. Wir lieben das. Das ist halt so unser Herzenssache. Ja. Herzensangelegenheit. Und damit, daraus haben wir halt einfach so so eine kleine Mischung, so eine Gewürzmischung rausgemacht. Das ist so eine Energiemischung. Da haben wir nochmal Spirulina genommen und der Yoga, unser Yogi Laurent, also Drin-Di-Yoga-Guru, hat halt einfach so diese Mischung rausgenommen, so mit Guaguarana mit eingenommen hat. Mit Acerola, Vitamin C und dann die ganzen Scheite-Gewürze. Zimt, Kardamon, Pfeffer, Ingwer, Nellköpfe. Und das ist halt so... Guarana. Guarana. Geil. Guarana ist richtig, was ich gleich beihebe, mit dem Satz, Koffein, vielleicht kläre ich dich jetzt auch oder vielleicht weißt du es schon. Ich nehme sie auch schon. Guarana ist einfach, das rockt dermaßen, weil wenn du normal Koffein nimmst oder Cola am Kaffee, das geht sofort, dieser Satz macht Bäm, tut ihm im Herz oftmals weh. Guarana ist noch eingeschlossen, quasi in dem Samen oder in dem Ding, da muss sich der Körper rausholen, rausholen. Ganz langsam. Genau, ganz langsam hoch. Und das ist so geil. Guarana. Esst Guarana. Guarana. Ich verlinke euch noch Guarana. Gebrauchst du Guarana? Nur in Mischung. Also reine Guarana ist schon... Geil. Ein gefülltes S-Level. Aber schnell zu viel von nehmen oder sowas. Du hast mit deiner Körperstatur, da kennst du dich schon einen in den Gemengen. Guarana auch. Aber eine Löffelspitze so bei... 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 kleineren Leuten so, das haut schon richtig rein. Ja. Ich hab ja War Spirit Power Drink, da sind halt auch nur 10 Gramm Guarana drin und das ist in meinem Buch und da hab ich ein Feedback schon erhalten. Ich hab gesagt, die Leute, also... ich konnte schlafen für drei Stunden wie ein Duracellhase und Ding. Genau, ja. Aber also wer es wirklich gern schön effektiv und bayerisch hat ohne dass es ein Herz wehtut, kann ein Guarana empfehlen. Aber ich würde, ich wollte dich nicht trennen. Guarana auch. Also besser als Koffeine, also besser als Kaffee oder so Sachen so, hat halt eben diesen Langzeiteffekt und da haben wir die gute Seite vom Guarana genommen, diese Langzeit, also dass es halt langsam hoch geht, dass man richtig vier, fünf Stunden lang einen Effekt hat und im Anschluss haben wir nochmal Chai-Tee-Gewürze. Es geht einfach um diese Chai-Tee-Gewürze, Zim, Kardamon, Pfeffer, Ingber, Nelke. Das sind diese ayurvedischen Gewürze, die eigentlich so diesen Stoffwechsel anregen. Das heißt, Kreislauf ist angeregt durch den Guarana, Stoffwechsel durch die Chai-Tee-Gewürze und man ist richtig beliebt. Der Körper ist da. Der ist halt einfach, du bist präsent, du bist wach, du bist aufmerksam und Spirulina gibt halt ebenso so über Eiweiß und Mineralstoffe diese Substanz. Du hast halt richtig Substanz. Guarana gibt es so über drei, vier Stunden. Aber Spirulina mit Eiweiß und Mineralien, da hast du halt richtig so Substanz, um über die Zeit richtig schön zu bleiben. Für Autofahrer, ich habe Autofahrer, das ist halt so Langzeithausschäuser, die das halt einfach nehmen. Ärzte oder Schwestern, für Schwestern mache ich auch nur einen Extrapreis, so einfach mal schreiben. Sollte man belohnen, so einen Einsatz, so einen Lebenseinsatz und für Nachtschichten oder so Sachen, dass du halt einfach mal einen Kaffee rauskommst, einfach so richtig schön, du bist halt einfach wach, du bist halt nicht überdreht, du bist einfach smooth und ich bin da, mit konzentriert. Studenten, auch top. Und Spirulina ist halt einfach dann, was du sagst, Spirulina ist überall rein. Da haben wir auch nochmal so einen Rohkostriegel, so mit Dattel, Mandeln, Fischökerne, für unterwegs, wenn man so auf Wanderung geht, Fahrrad oder für Abitur. Da haben wir ganz viele Männer gedacht, so Abitur, ah, was, mein Kind, während dem Abitur, genau, das während dem Abitur oder Prüfung allgemein. Und dann haben wir, und was wir machen, die letzte Zeit ist halt so, das ist so eine Kooperation, wir suchen auch andere Startups, die halt richtig gerne machen, also was, die haben halt, jeder hat seine Spezialität und das ist so eine Rohkostschokolade von Schokoladetil, das ist Rho, einer der schönsten Schokoladen, die man überhaupt so essen kann. Okay. Das ist halt so, die Creole-Bohne aus dem Perufo, Amazonas-Gebiet, die wächst halt wild, das ist die edelste Schokoladenbohne, die man finden kann und das sind Schokoladentrüffel und das ist, das zergeht richtig schön im Mund, alles vegan und da hast du halt nochmal Spirulina drin. Wir mischen überall Spirulina rein und versuchen da so Kooperationen mit Leuten zu finden oder so Sachen. Demnächst machen, bringen wir eine Schokolade mit das Bernstein-Zimmer aus Wuppertal. Die haben auch eine wunderschöne Schokolade und da machen wir dann Stafel mit Chai-Tee-Gewürze, Spirulina und wir suchen halt so genau und sie legen einfach Leute, wenn man Leute drin muss, sozusagen machen, muss man sich dann austauschen. Also, du bist jetzt offiziell mein Spirulina-Dealer, also ich kann ja sagen, wirklich 100%ig, also wie gesagt, ich mach nicht irgendwie ein Video, ihr kennt mich, wenn ich nicht wirklich überzeugt bin, das Spirulina hat mich richtig umgehauen. Das ist einfach... Das ist hier weg. Alles weggegessen. Es ist einfach geil. Und deswegen, ja, kauft das, wenn ihr Spirulina kauft und wenn ihr Spirulina bis jetzt nicht gekauft habt, aber denkt wirklich, wir müssen es nochmal probieren, probiert das hier akal gut aus. Ihr seid auch auf dem Messner, auf jeder Rommunition, habt ihr euch jetzt gesehen. Auf jeden Fall. Einfach mal ausprobieren, also meine Empfehlung gibt es, War Spirit Improved sozusagen. Und ja, und dann, ja, ich danke für Abschied. Hast du noch was im Herzen, was du den Zuschauern mitgeben möchtest? Liebe, liebt euch. Oh, komm her. Naja, wer hat es nicht zu sagen. Liebe, Liebe, macht's gut. Liebe, macht dich halt. Ciao. Guten Morgen.